Die Main-Metropole Frankfurt lockt jedes Jahr Besucher und Geschäftsleute aus aller Welt. Wer in der Bankenstadt eine komfortable Übernachtungsmöglichkeit mit persönlichem Flair sucht, bucht ein Zimmer im Manhattan-Hotel. Das zentral gelegene City-Hotel liegt in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs und des Messegeländes. Das Manhattan-Hotel ist ein privat geführtes Haus, wird durch mich betrieben und mir ist es sehr wichtig, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen und für mich bedeutet das nicht nur Smalltalk zu halten, sondern auch Empfehlungen weiterzugeben, Tische zu reservieren in Restaurants, sodass sich der Gast rundum wohlfühlt. Wir haben zwei verschiedene Kategorien, einmal die Standard-Kategorie und einmal die Superior-Kategorie. Die zeichnen sich aus durch Flat-Screen im integrierten Spiegel, Parkettboden und ein sehr tolles, schönes Design. Ich möchte, dass meine Gäste genauso den Morgen beginnen wie ich, mit einem schönen Latte Macchiato, einem tollen, frischen Obstsalat und der FAZ. Der persönliche Kontakt zu den Gästen ist sehr wichtig und ich bin mir sicher und sehe auch jeden Tag, dass das der große Unterschied ist zu den meisten anderen Hotels. Wenn man Herrn Müller auch mit Herrn Müller anspricht und vielleicht später noch einen Wein ausgibt an der Bar, dann bekomme ich sehr oft zu hören, das Manhattan Hotel ist anders als die anderen Hotels.